Hallo meine Lieben, ich habe heute ein total verrücktes Video für euch, wie es wahrscheinlich der Titel schon verraten wird. Ich habe mir 100 Schichten Nagellack aufgetragen. Also es ist ein total verrücktes Experiment gewesen. Ich habe es selber im Internet gesehen gehabt zuerst und war total geflasht davon, dass ich es einfach wirklich auch selber ausprobieren wollte. Ich habe es zuerst bei der Viktoria und der Sarina gesehen. Ich tue euch von den beiden den Kanal in die Infobox verlinken, da könnt ihr auch mal reinschauen. Also es hat mich total inspiriert, es selber auch mal auszuprobieren und ich habe das alles aufgenommen den ganzen Tag über und ein paar Fotos davon gemacht. Ich schneide es natürlich alles so im Schnelldurchlauf zusammen und kürze es alles. Aber es ist echt total cool dann zu sehen, wie das so Schritt für Schritt immer mehr wird und wie das entsteht. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Also es war wirklich eine Menge Arbeit, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mal irgendwas total verrücktes gemacht habt, irgendwas lustiges, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich finde solche Geschichten immer total lustig. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.